Heute steht Challenge Nr. 6 an. Wir halten fest der Zwischenstand. Es führt Tim mit drei Spielen. Stefan, zwei. So eins geschenkt bekommen, muss man ja dazu sagen. Er ist immer noch sauer. Ist das hier Mickey Mouse Theater oder ist das jetzt hier ein richtiger Wettkampf? Guck mal, es sind Sportler. Hallo, ich muss mit dir reden. Minigolfen, Konzentration, Geschicklichkeit und ganz viel Gefühl. Die letzte Challenge, die hat Stefan verloren und nach diesem Modus spielen wir. Das heißt, er fängt an, muss vorlegen. Auf geht's. Die Schuhe nicht gewaschen, du. Das sieht aus, du hier. Komm Stefan. Absolute Weltklasse. Stefan, du hast schon mal Minigolf gespielt, oder? Das letzte Mal mit 12 in der Lüneburger Heide. Komm, stopp, 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 stopp. Ja, stark Stefan, muss ich sagen. Das kannst du. Zählt nicht, ne? Also nochmal. Der zählt auch. Nee. Der zählt. Wieso das denn? Ist geschlagen. Ja, hat mir keiner gesagt. Wir müssen nochmal von neu anfangen. Hat mir keiner gesagt. Wir müssen die Spielregeln hier alle erklären. Richtig. Ich hab gefragt, gibt keinen. Hab ich vorhin gefragt. Hör zu. Nee. Stefan, Junge. Sein Ding hier. Minigolf, ne? Ach, scheiß drauf, ey. Ja, verloren. Stefan, Glückwunsch. Danke. Eingemeckert. Man muss auch sagen, dass er das gut gemacht hat, ne? Ja. Man muss ihn auch mal loben. Ja, wir kommen. Oh. 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 Nicht schlecht. Oh. Nicht schlecht. Oh. Nicht schlecht. Oh. Ah. Ha. Ah. Du hältst auch das Ding in da? Zwei Bahnen sind gespielt. Es steht eins zu eins. Die letzte Bahn also wird entscheiden und es geht wieder ins Tor. Was meint ihr? Ich schätze, der Stefan macht das jetzt. Ich glaube, er macht Hobo-Bahn. Er ist der Abschlagskön. Der Druck ist beim Stefan. Er muss gewinnen. Absolut. Stefan, auf geht's. Perfekt. Sehr gut. Hey! Muss man da noch was zu sagen? Nö. Man muss ja erstmal ein bisschen reinkommen. Mal gucken, wie es ist. Sonst ist es einfacher Sport. Sechste Challenge geht an Tim Wiese. Es steht damit 4 zu 2 für The Machine. Morgen geht's weiter. Neuer Clip. Und Stefan, du musst dich langsam anstrengen. 1 2 1 1 1 2 0 3 1 Untertitelung des ZDF, 2020